Sie hören 28 Tage lang von David Safir. Gelesen von Maria Koschny. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Sie hatten mich entdeckt. Die Hyänen hatten mich entdeckt. Das spürte ich instinktiv. So wie ein Tier spürt, dass es in großer Gefahr ist, selbst wenn es den Feind in der Wildnis noch gar nicht erblickt hat. Dieser für die Polen ganz gewöhnliche Markt, auf dem sie ihr Gemüse, ihr Brot, ihre Kleidung, ja sogar ihre Rosen kauften, war für Menschen wie mich die Wildnis, in der ich als Beute galt. In der ich sterben konnte, wenn man herausfand, wer oder was ich wirklich war. Jetzt nur nicht schneller werden, dachte ich. Schon gar nicht zu meinen Verfolgern schauen. Nichts tun, was ihren Verdacht bestätigt. Alles in mir wollte weglaufen. Aber dann wäre den Hyänen klar gewesen, dass ihr Verdacht stimmte. Dass ich keine Polin war, die gerade ihre Einkäufe erledigt hatte, sondern eine Schmugglerin. Ich hielt kurz inne, prüfte zum Schein die Äpfel am Stand einer Bäuerin und überlegte, ob ich mich umschauen sollte. Immerhin konnte es ja sein, dass mich doch niemand verfolgte. Aber jede Faser meines Körpers wollte fliehen. Und ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, meinen Instinkten zu vertrauen. Sonst hätte ich es wohl nicht geschafft, 16 Jahre alt zu werden. Ich entschied mich gegen Flucht und ging langsam weiter. Die alte Bäuerin krächzte mir hinterher. Das sind die besten Äpfel von ganz Warschau! Ich verriet ihr nicht, dass für mich jeder Apfel großartig war. Für die meisten Menschen, die innerhalb der Mauern leben mussten, wäre selbst ein angefaulter Apfel ein Genuss gewesen. Noch mehr die Eier, die ich in meinen Taschen trug. Die Pflaumen und erst recht die Butter, die ich auf unserem Schwarzmarkt für viel Geld verkaufen würde. Wenn ich jedoch eine Chance haben wollte, hinter die Mauern zurückzukehren, musste ich erst einmal herausfinden, wie viele Verfolger ich hatte. Ganz sicher konnten sie sich ihrer Sache ja nicht sein, sonst hätten sie mich schon längst angehalten. Mein Blick fiel auf das Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen. Ein paar Meter vor mir war ein Kanalgitter und mir kam eine Idee. Zunächst ging ich ganz normal weiter. Dabei klackerten die Absätze meiner blauen Schuhe, die so wunderbar zu dem blauen Kleid mit den roten Blumen passten. Immer wenn ich schmuggelte, trug ich diese Sachen, die mir meine Mutter geschenkt hatte, als wir noch Geld hatten. Alle anderen Sachen, die ich besaß, waren inzwischen schäbig, unzählige Male gestopft. In ihnen hätte ich keine fünf Meter weit über den Markt gehen können, ohne aufzufallen. Doch dieses Kleid und diese Schuhe, die ich hütete wie mein Augapfel, waren meine Arbeitskleidung, meine Tarnung, meine Rüstung. Ich ging direkt auf das Kanalgitter zu und verfing mich mit dem Absatz darin. Ich knickte leicht um, fluchte theatralisch. Au Mist, verdammter! Stellte meine Taschen ab und beugte mich runter, um den Absatz zu befreien. Dabei blickte ich mich verstohlen um. Es waren drei Männer. Ein unrasierter Stämmiger mit brauner Lederjacke und grauer Schlägermütze ging voran. Er war um die vierzig und offensichtlich der Anführer. Ihm folgten ein großer Bärtiger, der aussah, als könne er Felsbrocken werfen, und ein Junge in meinem Alter. Er trug ebenfalls Lederjacke und Schlägermütze und sah aus wie eine kleine Version des Anführers. War der womöglich sein Vater? Jedenfalls ging der Junge nicht zur Schule, sonst würde er sich ja nicht vormittags auf dem Markt herumtreiben, um auf Menschenjagd zu gehen. Innerhalb der Mauern durften wir nicht mehr zur Schule gehen, weil die Deutschen uns jeglichen Unterricht verboten. Es gab zwar illegale Schulen im Untergrund, aber nicht für alle, und ich besuchte sie schon lange nicht mehr. Ich hatte eine Familie durchzubringen. Dieser polnische Junge jedoch durfte lernen, wollte es aber nicht. Es brachte ja auch eine Menge Geld ein, mit so einer Bande von Schmalzowniks, wie wir diese Hyänen nannten, auf die Jagd nach Juden zu gehen und sie an die Deutschen auszuliefern. In diesem Frühjahr 1942 galt die Todesstrafe für alle, die sich unerlaubt im polnischen Teil der Stadt aufhielten. Und der Tod war noch nicht mal das Schlimmste. Es kursierten die furchtbarsten Geschichten, wie die Deutschen ihre Gefangenen folterten, bevor sie sie an die Wand stellten. Allein der Gedanke schnürte mir die Kehle zu. Aber noch war ich nicht geschlagen, gefoltert und erschossen. Noch war ich am Leben. Und ich musste es bleiben. Für meine kleine Schwester Hannah. Es gab keinen Menschen auf der Erde, den ich so sehr liebte wie sie. Hannah war durch die schlechte Ernährung viel zu klein für ihre zwölf Jahre und eigentlich unscheinbar wie ein Schatten. Wären da nicht ihre Augen? Die waren so groß, so wach, so neugierig und hätten verdient, etwas anderes zu sehen, als den Albtraum innerhalb der Mauern. In diesen Augen leuchtete die Kraft einer unglaublichen Fantasie. In der Untergrundschule war Hannah zwar in allen Fächern mäßig bis schlecht, aber wenn es um Geschichten ging, machte ihr niemand etwas vor. Für jeden, der Hannah zuhörte, wurde die Welt bunter und schöner. Wer sollte für die Kleine sorgen, wenn ich mich hier erwischen ließ? Gewiss nicht meine Mutter. Sie war so gebrochen, dass sie das schäbige Loch, das wir bewohnten, nicht mehr verließ. Und erst recht nicht mein Bruder.